Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu eurer freshen neuen Folge Minecraft zusammen mit Ben. Hallöchen. Hallöchen, Ben ist ein bisschen krank, deswegen muss er seine Stimme schon, sein Stimmchen schon. Ja stimmt, ja meine Stimme ist in Ordnung. Aber ich glaube morgen wird sie richtig heftig im Arzt sein. Ja, aber wir haben morgen Gott sei Dank Wochenende, also alles easy. Leute, in der heutigen Map geht es einfach nur um diese Dinger hier. Wir werden die mal austesten und zwar Jetpacks. Ähm, Lina? Was denn? Ich hab keine Hand. Warum hast du... Achso, ich hab auch keine Hand. Sie sind voll direkt hier und sind gar nicht aufgefallen, ne? Ja, okay. Alles klar. Also wir haben hier ein, zwei... Fuchs, äh... Na moin. Haust du rein, schau. Haust du rein. Wir haben hier Steampunk Jetpack, Laser Jetpack und Basic Jetpack. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem normalen Basic Jetpack. Wo packe ich das denn hin? Wie ziehe ich denn das denn an? Ah, die ist ja auch erklärt. Guck mal. Das ist Steampunk, warte. Basic. Basic ist in der Mitte. Fünf Inventarslots geht normal. Huch. Oh. Ah, ich verstehe. Alter, wenn ich fliege. Yo. Ah, ich hab's auch. Alter Schwede. Komm, wir können mal... Wir können hier rausfliegen mit dem Fuchs. Steuere ich, Elina. Oh nein, ich hab mein Jetpack verloren. Oh, ich lebe noch. Ah. Nein. Okay, man muss mit gucken, das Regeln. Alter, ist das cool gemacht. Sieht doch mega nice da aus. Dreh dich mal um. Guck mal bei mir. Ja, Mann. Warte. Ich geh mal in eine andere Position. Alter, bin. Schuss. Bin abgestürzt, Alter. Bin abgestürzt, Alter. Hält das die übertrieben cool aus. Ja, so. Stell dir vor, so könnte man immer Survival-Modus machen. Das wird schön, ey. Man stand... Aber du denkst mal, die Berge wären so groß hier. Das wäre auch hart belastend. Ja, okay, das wäre... Na gut, aber... Aller, 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 all. Gar nicht so leicht zu treffen. Ey, ey, oi. Gar nicht so leicht zu treffen. Nee, nee. Okay, ich würde sagen, wir holen uns eine komplette Holzausrüstung. Und dann dürfen wir das nächste Jetpack, das Steampunk Jetpack, dürfen wir ausprobieren. Holzausrüstung? Es gibt keine Holzrüstung. Ja, nein, 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 nein. So, ich lasse mein Jetpack hier erstmal stehen, geparkt. So. Und dafür... Also ohne Hand ist das hier ein bisschen komisch. Also, wenn man was in der Hand hat, dann geht's. Ja, dann ist es wieder relativ normal. Aber ich habe eine Geisterhand, eine Forky-Hand. Forky? Hast du Forky gesagt? Ja. Ich habe Forken als Hände. Spaß. Okay. Forken? Ich habe schon mal das... Warte, ich habe die Spitzhacke und eine Schaufel. So, jetzt fehlt mir noch Schwert, Axt. Und das war's. Oder? Habe ich was vergessen? Eine Hacke. Ah ja, stimmt. Eine Hacke. Die gibt's ja auch noch. Also, erstmal das Schwert. So. Dann die Axt. Zack, zack, zack. Und dann machen wir nochmal das hier. Ach so, und dann haben wir... Oh, dann fehlt uns genau ein Holz. Ehrgerhaft. Aber wir brauchen auch noch mehr, weil wir brauchen ja die ganzen Sticks noch. Moment. Das haben wir gleich. Bam, bam, bam. Erster. Bist du schon fertig? Natürlich. Alter, ich habe so viel gesammelt. Ah ne, eine Schaufel fehlt mir. Ah, ich habe schon. Jetzt bin ich Erster. Wer als erstes zurück ist, hat gewonnen. Ich hänge baumfest illegal. Das ist nicht illegal, Alter. Ich bin... Hast du gerade gehört, wie meine Stimme abgekackt ist? Bei dir geht das auch krank. Das ist aber voll schwer zu treffen. Als ob du es direkt getroffen hast. Ja, aber ich habe es getroffen, Alter. Ich habe geparkt. Ich auch. Ich war Erster. So. Ja, genau, Winn. Okay, jetzt geht es hier um das Teil. Steampunk Jetpack. Speed, Slow, Inventory, 27. Ach, das Inventer habe ich gerade gar nicht ausprobiert. Ich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie du das ausprobiert. Oh, let's go. Wir nehmen uns den einfach mal. Ja, eh, wenn du drauf bist. Oh, stimmt. Das ist schon praktisch. Hast du so eine Kiste halt immer am Start. Ja, aber das Geräusch ist ziemlich eklig. Und du bist in mir drin, Menn. Du bist in mir. Oh, oh, abgestürzt. Ja, wir sind schon echt langsam. Das ist wirklich lang. Deswegen ist es bei mir schnell das andere ist. Das muss ja mega abgehen. Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir sammeln direkt unsere Steinsachen zusammen. Weil ich bin echt gespannt auf das Regenbogending. Weil das ist schon wesentlich cooler als dieses... Keine Kohle? Eisen? Oh, warte. Warum sieht mein Stein so komisch aus? Kein Eisen? Nee, wir nehmen Stein. Wir nehmen Stück für Stück. Wie die nach Eisen? Nein, Eisen kommt als nächstes. Wie viele Jetpacks gibt es denn? Ach so, verdammt. Ich habe... Oh, ich habe einen Denkfehler gehabt. Ja, okay, dann nehmen wir doch Eisen. Ja, da bin ich gleich im Vorteil. Ich habe schon hier einen Stack. Spaß. Ja, moin. Ist das Stein hier, was so komisch aussieht? Ja, also... Nee, das ist Keramik. Verdammt, wie hoch ist denn Stein? Ist es ein Stein? Zack. Stein sieht aus wie Stein. Rissiger Steinziegel. Ah, das ist bestimmt Stein. Stein sieht aus wie Stein. Was? Ja, Mann. Verdammt. Okay, ich habe schon zwei Eisen. Ah, da hat sich noch eins versteckt. Vier Eisen. Jetzt brauche ich hier aber mal meinen Jetpack. Ah, da ist Stein. Rücken Sie raus, Sie alle. Wie viele brauche ich denn? Ja, ich habe nur drei, ne? Wie nur drei? Drei Stein. Ach so, ja. Aber du brauchst noch einen Ofen. Ah ja, guter Einwand. Danke. Also 8, 9, 10, also 11. Eine Höhe. Bisschen Kohle kann auch nicht schaden. 7, 8. Gott, ist man langsam mit dem Steampunk-Rucksack. So, Hammer, Alter. Jetzt machen wir uns einen Ofen und einen Picker. Ey, 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 ey. Oh Gott. Och, der ist jetzt ja so, dass der letzte eine Rille arbeitet, ey. Ja, das stimmt. Wir sind zu schwer, Leute. Wir kommen nicht hoch. Oh Gott. Oh nein. Oh, also. Wie viele Eisen braucht man? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Elf, ne? Ich habe sechs. Ich habe auch sechs. Lol. Sieben, acht. Hab gewonnen. Neun. Zehn. Zehn. Nur noch eins. Ein Eisen. Ich kann noch gewinnen. Ich kann noch. Das Eisen, das Eisen. Bitte, ich muss jetzt auf elf kommen, wenn ich gewinnen will. Sieben. Acht. Neun. Nein. Zehn. Nein, 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 nein. Elf. Oh Mann, Alter. Jetzt habe ich hier das elfte gefunden. Dennoch habe ich es. Ich bin noch nicht fertig. Aber ich habe es richtig gezählt. Ich habe es. Ja. Hast du zwei Öfen? Nein. Reicht nur für ein. Oder blöffig. Den zweiten Schild organisieren. Nicht, dass du mich so jetzt noch überholst. Okay, die Schaufel, die habe ich schon mal. Verdammt. Oh mein Gott. Ich habe was richtig Dummes gemacht. Hast du das doppelt gecraftet? Nein. Ich bin einfach richtig tief nach unten gefallen. Und äh. Jetzt dein Jetpack weg. Mein Jetpack ist halt noch über mir. Das ist mir tatsächlich auch was passiert. Deswegen sollte man das glaube ich eigentlich auch nicht, äh. Wird man auch nicht absteigen davon. Oh Mann. Darina, das wird wohl eine Packung. Eine Packung? Packung, ja. Kennst du die Packung? Na. Okay. Spitzhacke erledigt. Schwert erledigt. Schaufel erledigt. Hacke erledigt. Warte. Äh. Jetzt. Steht nur noch eine Axt, Vivina. Verdammt. Axt. Erledigt. Oh Mann. Mir fehlt jetzt auch nur noch die Axt. War richtig knapp. Ja, ich habe den zweiten Ofen mir noch gemacht. Ja, das hat es schon gebracht. Dann ich komme aus der Hölle nicht raus. Vielleicht verkacke ich ja wieder den Eingang. Ja, das kann sein. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja, aber ich baue noch so ewig lang. Das, äh. Das schaffe ich nicht mehr. Nice. Ich bin im Züüüü. Oh Mann, oh Mann. Na, dann ist es wohl unentschieden aus. Oh, ich habe ihn jetzt sogar noch nicht. Leute, ihr habt gesehen, ich wollte mir eigentlich eine Axt machen. Aber ich habe mir jetzt außersehen etwas anderes gepraftet. Wir dürfen uns trotzdem den Jetpack holen. Ah. Darfst du das? Ja, darf ich. Das ist mein Spiel. So. Minecraft gehört dir. Ja, habe ich gekauft. Neuerdings. Neuerdings gehört das mir, ja. habe ich für fünf euro gekauft jetzt haben wir regenbogen rucksack laser warte bin gleich da bin gleich da bin gleich da ich habe die ganze zeit versucht diesen fuchs hierzu zu identifizieren was das für ein tier ist weil er so komisch daraus geguckt hat und ich dachte sein schwanz werden kopf komisch okay rainbow rucksack jetpack meine ich wo ist das hier laser rainbow rainbow laser a hier der sieht ganz anders aus hä gucken wir den platz hier die guck mal das ist ja anders aus tragen alter schwede guck dir mal meinen rucksack mein jet warum sag ich mal rucksack guck mal der sieht hier anders aus ja stimmt der sieht anders aus ich nehme den der school war der ist mega cool nein fahr du mal damit rum alter wo bist du da bist du komm wir fahren mal raus alter das ist mega cool guckt euch ben mal an ich habe mit der steuerung problem ja ich merke schon alter das luxus haus großen luxus haus also das ist die base hast du warte lasst du mal angucken kurz oben ist noch ein haus die geräusche sind so komisch wenn man nach oben fährt er ist richtig am ackern ja weil das ist mega neustaus gucken halter voll die luxushütte ich bin im wasser verloren bin jetzt eingezogen ja okay das ist unser haus wir sind jetzt die jackpeck meister und haben erstmal das haus in beschlacht genommen leute ich hoffe alter sieht's mega cool aus ich hoffe euch hat die folge gefallen falls ja lasst mal einen daumen nach oben da darüber würde mich riesig freuen lasst doch ein abo da darüber freue ich mich umso mehr ich wünsche noch einen wunderschönen tag morgen abend haut da rein oder ciao